Nach 20 Minuten zückt Schiedsrichter Jacoté zuerst gelb und dann rot. Josh Simpson musste vorzeitig unter die Dusche. Und das war passiert. Xhaka mit einer Unsportlichkeit und der Kanadier mit der Reaktion. Eine Revanche, er liess sich provozieren. Allerdings, Xhaka reagierte auch noch einmal. Torchance versiebt und Platzverweis. Kein guter Tag für Simpson. Christian Gross konnte sich mit dieser Regelauslegung nicht anfreunden. Ich kann ihn durchaus verstehen.